ich verlasse die gruppe jetzt fühlt sich weitaus schon an als was ich gerade gebaut habe ich nehme jetzt mal ein meter bild oh gott ich bin noch nicht bereit oh gott ja scheiß eier wie er nur auf mich geht oh nein das habe ich sogar gewohnt meine fersaar gotto gott der haut ein bisschen viel rein das stimmt leider ich bin noch nicht bereit ach so ich war auch drücken ja jetzt hier rein oh mein gott wir haben es geschafft holly hat der Wettbewerb geholt Junge läuft da durch und frei ein? natürlich nicht aber jetzt jetzt hat er das ist auch mal ein bisschen was anderes wenn man zwei squishy klassen spielt und weil du dann halt später richtig okay wirst aber trotzdem ist das halt weiß ich nicht was denn? ne mit dem Bild also mit dem Bild wird das nicht so wie mit der anderen war das so ne knisterne Kugel knisterne Energie eigentlich aber warum kann ich den aufheben? das weiß ich doch nicht na der Kugel sitzt ja nice nein jetzt habe ich ausgesehen zwei Stück auf einmal gemacht ich brauche Zeit für die Vorbereitung oh boy oh boy oh halt doch nicht so viel aus Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Nein, ich treffe nicht. Der Kumpel ist immer auf Scheiße. Außer man kann ihn anders vielleicht noch machen. Ich bin so dumm. Ich renne da genau in dem Moment rein. Ich bin noch nicht bereit. Der ist gerade nur Fokus auf dich, oder? Nein, gerade glaube ich eher auf dich. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Ich brauche Zeit für die Vorbereitung. Wollten Sie aushalten? Nö, eigentlich nicht. Ja, gut. Haben Sie noch Fragen? Ich glaube nicht. Dann wählen Sie bitte die Hotline. Ja, aber ich habe doch jetzt mit Absicht die Hotline dafür angerufen. Geht trotzdem keiner ran. Kein Bock. Tschüss. Gefällt mir halt irgendwie, keine Ahnung, tausendmal besser als Barbaren. Ja, gut. Aber man muss auch sagen, du bist ja sowieso generell so ein Sorcerer-Spieler. Und du liebst halt Sorcerer-Spiel, ne? Muss man auch sagen. Ja. Ich meine, du hast den anderen gesehen, der ist halt schon insane strong, ne? Ja, das stimmt schon. Ja, das war doch schon mal erfolgreich. Oh, endlich ein neues Kopfteil. Ah, die andere haben wir abgeschlossen. Nice. Wieder rausgeflogen. Ja. Ja. Junge, Discord hatte in den letzten Monaten so viel Scheiß-Probleme, Alter. Es ist unglaublich. Ich bin nicht der Einzige. Ich habe das bei jemandem anders im Discord auch gehabt. Also ich bin mal jetzt so wie du. Also ich habe keine Probleme. Ach, halt dein Paul. Dafür hast du andere Probleme. Ja, und da sagst du immer, ja, also ich habe da keine Probleme. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Also, ähm, das wäre mir weit entfernt, sowas irgendjemand größer zu haben. Ich glaube, auf lange Sicht muss ich aber echt gucken, dass ich irgendwie das Geld für eine AMD CPU zusammenkriege. Ja, aber das ist schon echt scheiße, sowas. Hi. Resurrected Malice. Okay. Ich bin noch nicht bereit. Nice. Sehr schön. All okay. Der hat aber viel gegeben. Ja, also man merkt, dass ein, äh, Souser definitiv effizienter vom Levin Hell ist. Verschlossen. Das weiß ich nicht. Ach, du bist jetzt schon über ein halbes Level vor mir. Das weiß ich nicht. Junge. Die Feder. Das weiß ich nicht. Es ist getan. Es ist getan. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. scheiße b Okay. Aber du machst schon ein übelst Schaden. Ja, aber wenn du mal guckst, so krass wenig ist das schon nicht, ne? Ich weiß es halt nicht. Ich habe halt keinen Vergleich, ne? Ja, ich bin schon für so einen Gegner, machst du schon gut Damage. Ich hätte auch mal die Frage, was man halt so für einen Charakter hat und wie man den Schaden macht, ne? Ja, na schön. Ja, ich sage mal so, dieser Fruche Damage ist ja auch nicht immer alles. Wenn du halt mit den Traps denen noch einen Effekt gibst oder sowas, dann macht das ja auch viel aus. Ja. Was ist denn da oben jetzt? Oh, hi. Ach, ein überlebender Dude oder was? Ja? Ist es das hier? Na ja, ist er schon. Warum hast du ab? Ich habe, glaube ich, keinen Bock mehr. Ich habe Bock auf den. Oh, was ist das denn hier? Hier ist eine Statue. Give aid, meek powerless. Give aid, was macht man denn da? Hilf, demütig, machtlos. Danke. Wie bist du eigentlich? Ich im Keller. Ja, irgendwo unterwegs. Machst du wieder hier alleine weiter? Ja, du bist ja ein Level vor mir. Senior Keller Boy. Ja, da kann ich nichts für. Nee, doch schon. Alter, jetzt mal mit Antifähigkeiten gewinnen. Es ist, wie brauchst du nicht das nächste Level? Drei Viertel Leiste? Ja, es geht ja noch. Ja, wie gesagt, es ist halt übel zweit vor mir. Oh. World Boss ist gleich in dreieinhalb Minuten. Was denn machen? Ja, dann, Bursche. Oh, den geh ich noch ein. Okay. Nein. Bist du tot? Was? Ja, ich bin tot. Ich bin in den Zungen gestorben. Ja. Ich bin in den Zungen gestorben. Ich bin in den Zungen gestorben. ich auch ich bin einfach reingehopst und war tot weil du einen Boss machen wolltest